Das Kunstwerk zeigt mehrere vierbeinige Figuren, Individuen, die alle identisch sind, aber auch nur fast. Diese Gestalten sehen aus wie Turbinenpropeller, Windpropeller, die ständig in Bewegung sind und sich um ihre eigene Achse drehen. Der dazwischenliegende Stacheldraht trennt die verursachten Kreise. Kein Kontakt. Diese lebendigen Gestalten, die Seelen des 21. Jahrhunderts. Bitte Abstand halten, sagt der Künstler. Die Zeit danach wird nicht wieder vor. Corona. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Veränderung des ZDF für funk, 2017 Max B V D Vielen Dank.